Wir sind jetzt hier im Escape Room. Die Aufnahme ist es aus dem Gefängnis zurück. Wir sind an Hans-Scherren. Das war's. Das ist nicht möglich. Es ist möglich. Es kann nicht von dir. Das ist gut. Nein. Nein. Stark. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Lüftung. Wir sind noch immer an so Handschellen. Also, wir werden gerade gesucht, ne? Ja, wir werden gesucht. Etasch doch. Sorry. Echt? Ja. Weg sind die. Ah ja, guck. Oder bin ich doof? Das ist doch zusammengegangen. Das ist zusammengegangen. Ah, oh oh. Wir müssen durch den Schrank. Ja. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ja. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir voll das Blinkteil, wir gehen in den Streichelzoo. Auch gut. Ja, wir können halt fünf Museen besuchen und mal schauen, was wir noch alles machen. Ja, also bleibt dran. Viel Spaß. Wir haben euch ja noch nie was von Moskau gezeigt. So sieht hier so eine Hauptstraße aus. Ist auch eine der Hauptstraßen. Ja, das ist gut, naja. Und ein Donut. Ein Donut. Hier geht's rein. Mal gucken, was uns erwartet. So, wir sind jetzt Hygiene gibt mal vor. Ja, dabei. Step number one. Step number two. Ich würde ja immer sagen, Hygiene gibt mal vor. Jetzt kann ich schwinken. Ich habe mich microwave. Ich würde ja noch helfen. Von einem geht es direkt ins andere Museum. Spiegelmuseum. Spiegellabyrinth. Äh, Spiegellabyrinth. Ich bin raus. Wohin müssen wir? Viel zu viele Gesichter. Okay, ein Museum haben wir noch vor uns. Und zwar... Ich könnte es vielleicht hören. Okay. Das läuft jetzt so, dass man auf so einem Teller einen Wunsch oder etwas, wovor man Angst hat, draufschreibt. Und was dann passiert, werdet ihr sehen. Gibt alles, auf das der Wunsch in Erfüllung geht. Schick! 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 Soлейライter aus der Website... Schick! 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 Adrenalin gab. Ja, also das war echt mega cool, sowas was zu machen. Wir haben uns gesagt, wir gehen jedes Mal nach dem Training rein. Wenn es mal nicht so gut läuft, Aggressionen rauslassen. Ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen und ihr habt auch Lust auf mehr bekommen. Vielleicht, wenn ihr in Moskau seid, geht auf jeden Fall hierher. Oder wenn ihr irgendwas wissen wollt oder sehen wollt von Moskau, wir wohnen ja jetzt so halb hier, dann sagt uns aber Bescheid, was wir für euch aufnehmen wollen. Schreibt es unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Kleine Unterbrüchung. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao. So, mein Move genommen. Ciao. So, mein Move genommen.